Servus Leute, ihr habt es wieder geschafft. Ihr seid hier auf unserem Kanal. Und heute geben wir uns Neo Unleashed Feed JJG. Wave. Sehr wild. Übel geil. Ich finde Neo Unleashed krass geil. JJG sowieso. Und die als Kombi, da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, das könnte richtig heftig werden. Da bin ich... Das könnte sehr fett werden. Wir sehen schon, Neo Unleashed trägt auf dem Thumbnail ein Laserschwert. Sehr wild. General Grievous. So, ich würde sagen, wir gehen rein. Neo Unleashed, wie schon gesagt, krass. JBB-Runden geil. Ich fand Neo war nie so... Der Text nicht überkrasse, aber der hat musikalisch einfach viel drauf. Was Rap angeht, geile Stimme. Und JJG sowieso geil. Aber JJG vor allem als Feature-Part, da hoffe ich mal auf ein paar krasse Wortspiele mal wieder. Weil in letzter Zeit, finde ich, hat es einfach ein bisschen nachgelassen. Sehr sogar. Sehr sogar, oder? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Lasst gerne Like und Abo da. Wir freuen uns. Sehr sogar. Ungemein. Sehr sogar. Und dann geht's los. Sehr sogar. Oh Mann, Alter. Abfahrt. It's quiet. Okay. Ich bin auf meiner eigenen Wife. Bruder, geht fett rein, Alter. Ja, aber was passiert gerade im Video? Wie haut er die Frau hinweg, ne? Ich bin gerade voll... ...voll... ...confused. Wieso rappt jetzt die Frau? Also es geht einfach mies ab. Das stimmt schon. Mal schauen, ob jetzt die Frau einfach Neos Part übernimmt. Weil das sieht ja auch ein bisschen wie ein Doppelgänger aus. Äh, keine Ahnung. Mal schauen. Ich bin auf meiner eigenen Wife. 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 Nicht links, oder? Wer schöner? Rechts. Safe. Safe die linke. Safe die rechte. Nein, die linke, Digga. Die rechte, Digga. Nein, Digga. Safe, Alter. Ganz kurz, ich glaube, das soll einfach Merch-Werbung sein. Könnte sein, ja. Weil die tragen Neo Unleashed-Merch. Stimmt. Oder Neo hat halt kein Set für einen Videodreh gehabt. Keine Ahnung. Stell dir vor. Also ich glaube es halt... Macht immer schon für mich. Ich glaube es halt wirklich, weil das am Anfang sieht voll aus wie ein Doppelgänger irgendwie. Oder Neo hat ein bisschen... Zugenommen. ...zu tief in den KFC-Bucket gelangt. Aber Hook ist geil. Doch die Hook ist schon böse. Also auch wie der Beat im Hintergrund. Wie beschreibt man das? Variiert. Ist schon sehr geil. Jetzt geht's in den Part. Ich trainiere mit mehr Gs als so ein Goku im Schwerkraftraum. Bruder, wir kennen so Goku nicht, also keine Ahnung. Seid mir niemals erfahren. Schreibt's in die Kommentare, ja. Würde uns freuen. Und schreibt auch in die Kommentare, ob links oder rechts hübscher ist. Save die Blonde. Startet meine Diskussion, beleidigt euch. Save Blonde. Leidigt uns. Nein, die braunhaarige. Nein, die Blonde. Die Blonde, die Blonde, die Blonde, die Blonde. Allein wenn ich sehe, wie die tanzt, die ist voll in ihrem Element, Alter. Toll, das ist das Wichtigste, wie sie tanzt. Bruder, mein blondes Charakter ist so wunderschön. Schau ihn nur auf Charakter, Leute, dann find einfach ihr Charakter das Beste, Alter. Die Blonde ist richtig sympathisch. Ja, Mann, war schon da. Nicht echt geiler. Schließt so auf Flocken und so weiter, steh nicht so drauf. Und schreibt bitte auch in die Kommentare, warum hier die Mädchen für Neo... Rappen. Rappen. Acten. Keine Ahnung. Mach ich mal einen Kassensturz, bricht die Marmorplatte durch. Ah, okay, weil es so viel Geld ist, dass der Boden einbricht. Okay, okay. Shoppen im Versace-Katalog. Mach ich mal einen Kassensturz, bricht die Marmorplatte durch. Make-Maker wollten mich catchen, aber sorry, bro. Ich krieg eine bessere Kondition, so viel ein sportidol. Auch wenn du gut bist, in der Gegend erzählst und mich in deiner Empfehlung erwähnst. Die Stimme ist halt so mächtig, ne? Die Stimme ist geil, die Stimme ist krass geil. Also gegen Neos Stimme kannst du wenig sagen. Der hat halt so eine Stimme, die kaschiert allein schon. Selbst wenn er was Whackes rappt durch die Stimme, holt er das wieder raus. Das stimmt, ja, das stimmt. Das sag ich dir ehrlich. Ah, da ist er wieder. Wieder abgenommen kurz. Hä, ich check das nicht. Ich check's auch nicht, Digga. Denn Neo buchstabiert man G.O.A.T. Vor allem Neo, ganz kurz. Neo ist seiner. Ich finde, es macht voll viel aus, wenn der Rapper schon fresh aussieht. Weißt du, was ich meine? Der sieht halt krass fresh aus mit der Maske und der Mütze und so weiter. Das macht so viel aus, wenn du dir ein Musikvideo anschaust. Aber leider sind nicht oft vorhanden, ne? Ja, irgendwie nur seine Chias. Keine Ahnung, was der macht. Nur Side-Tricks, Alter. Neobuchstabiert man G.O.A.T. Gut. Hast du gut. Teuer. Hast du gut zusammengerechnet? Zusammengerechnet vor allem, Digga. Respekt, Alter. Ich bin saugespannt auf den Jigigi-Pack. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich freue mich voll drauf. Also auf Jigigi bin ich mehr gespannt als auf Neo, weil ich will, dass Jigigi mal wieder wirklich ein paar krasse Lines raushaft, wo ich mir denke, geil, ganz einfach. Boah, allein wenn es schon so losgeht, dann kann es nur gut werden. Once again back is the incredible. Komm, jetzt gib ihm A. Guck sowas. Also ist nicht geisteskrank, aber ist schon mal, geht schon mal gut los. Ja. Ist wie Wein. We know. Kann man sich drüber streiten. Aber was ich ein bisschen wack fand, eins, zwei, drei, vier. Ja, ja, das ist ja auch so ein bisschen, was ich meine. Weil er auch so Sachen gebracht hat und dachte, Bruder, das machst du eigentlich nicht. Du kannst doch besseres. Ich hatte Angst, dass jetzt sowas kommt wie, dieses Spiel gewinnen wir fünf, sechs, sieben, acht. Die Gegner werden platt gemacht. Bitte keinen, fünf, sechs, sieben, acht. Bin back in this bitch, als hätte ich meine Ex weggefickt. Ja, okay. Ja, aber irgendwie, ich bin halt besser was gewohnt von ihm auch. Ja, eben. Also mal schauen, was hier noch kommt, aber waren jetzt keine bahnbrechenden Lines wie Zugdemoliere. Ja, hab die Kollegen ein besseres Lines gehabt, ne. Wie ging das nochmal? Bahnbrechend, wie? Mir fällt es nicht ein. Irgendwas mit besoffen oder sowas, keine Ahnung. Was weiß ich denn, keine Ahnung. Kann sein. Was mir auch gerade auffällt, für J. Jiggy acted jetzt die Blonde, gell. Finde ich gut, digga. Finde ich sehr gut, digga. Ich bin back in this bitch. So als hätte ich gerade meine Ex weggefloat. Air Air Force aus langen Leder. Alte Hater, Wägel mit Palmenblättern. Mach der es vom Penner zu Moneymaker. Bitte strebe sie weg wie der Undertaker. Doch, ist schon geil. Safe, safe, safe. Also, Bier rappt gefällt mir schon wieder sehr gut. Passt auch geil auf den Beat. Doch, also Bier rappt schon gut, aber mir fehlen diese Wortspiele, wo du dir denkst. Dieser Wow-Effekt einfach. Ja, genau. Ich will so ein Wow haben. Genau. Ich will so ein Okay. Dein Wow-Kling aber auch nicht so impressed. Ich will so ein Wow haben. Ich will so ein Wow, habe ich gesagt. Wow, nicht Wow. Was ist das schon wieder? Aber, wie gesagt, Bier rappt ist geil. Wow. Oh. Warte, was? Wird du was tanzen? Verstehe es nicht. Ich verstehe es auch. Du bist Loma-Tanz nicht. Das verstehe ich. Schreibt es in die Kommentare. Bitte. Wir würden uns freuen, aber müsst ihr auch nicht machen, ne? Doch, müsst ihr. Wow. Warte, was? Aha. Eure so, wie ein bisschen Schillen auf der Luftmatratze. Verstehe ich nicht. Auch nicht. Wow. So, Jiggy-Part, abschließend kann man sagen. War stark, aber nicht Wow. Stark würde ich, no front, ich würde nicht mal stark sagen, weil, also ich finde es ging gut los, aber danach war nur noch so, okay, jetzt kommt langsam wieder die Hook und da ist die Hook. Weißt du, was ich meine? Ja, dann war es eher so, gut, okay. Okay. Ja, damit bin ich einverstanden. Wow. 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 Wave, 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 wave. Wow. Also Leute. Ich habe nur ein bisschen das Wort. Abschließend kann ich sagen, wow. 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 Also Hook war sehr geil, wenn auch ein bisschen eintönig. Beat ist geil gewesen. Neopard, Jigipart, ungefähr gleich stark, nichts überragendes, aber solide. Alles in allem. Ganz geiler Song. Gut okay. Gut okay. Wow. 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 Das wird ja alles sicher, dass ich breit bin oder hacket bin. Du weißt, denke ich, das tritt alle. Bist du ja auch. Nämlich gar nicht. Ist er. Wow. 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 Oh. Oh. Ah, wisst ihr was? Scheiß drauf. Macht's gut, haut rein und wow.